Florian Meyer Florian Meyer mit einer akrobatischen Einlage versucht den Ball noch zu kriegen, in den Vorteil hineingehen, um sein erstes Spiel gewinnen zu können. Wieder Aufschlag von Smithcheck und der Ball kommt so weit, dass Florian Meyer nicht mehr richtig reagieren kann. Steht schlecht zum Ball und damit der Ball im Netz. Erstes Spiel für den Amerikaner. Der hatte immer leichte Schwierigkeiten bei seinem Aufschlagspiel, aber in der Folge gewannen beide ihre Spiele. 2-2 und dann dieser Ball bei 40-30 gegen Florian Meyer. Ja, schön herausgespielt mit der Vorhand, Florian Meyer ganz in die Ecke getrieben und dann dieser Crossvolley. Der junge Mann ist zwar nur 1,75 Meter groß, aber wahnsinnig schnell auf den Beinen. Der erste Satz, blenkelte so vor sich hin. Meyer nahm ein Spiel ab, konnte es also einmal schaffen, Smithcheck den Aufschlag abzunehmen und hat bei eigenem Aufschlag bei 40-0 Dreisatzbälle. Wieder einer dieser langen Ballwechsel und dann kommt der Ball von Florian Meyer mit der Rückhand. Gepeitscht. Keine Chance für den Amerikaner hier die richtige Antwort zu finden und damit geht der erste Satz 6 zu 4 an Florian Meyer. Ja, da kommt die Rückhand und die Vorhand landet im Netz. So ein bisschen erleichtert war er schon, das hatte er sich leichter vorgestellt. Spielstand 1-2 im zweiten Satz. 30-40 und wieder ein Breakball. Und diesmal sehen wir auch den Spielverlust des Amerikaners, der nicht sehr glücklich ist, so früh im zweiten Satz sein Spiel abgeben zu müssen. Da sieht man nochmal nach dieser Vorhand, da springt der Ball ein bisschen hoch und er kommt nicht richtig dran. Spielverlust für Smithcheck. 2 zu 4. Beide setzten sich eigentlich in ihren Aufschlagspielen gut durch. Und dann dieser Ball, wunderbar Longline gespielt. Florian Meyer kann es nicht fassen, meint der Ball wer aus. IHawk, das ist dieses magische Auge auf dem Platz, sollte hier entscheiden wollen. Sie das gesehen haben, so knapp, dafür gibt es den Computer und der zeigt, wie knapp das war. So gerade eben noch Inside. Punkt für den Amerikaner. 40-15. Wieder eine dieser wuchtigen Aufschläge. Und da kann auch Florian Meyer nicht immer richtig drauf reagieren. Deswegen noch einmal Spielgewinn für den Amerikaner. Aber Florian Meyer war entspannt, konnte immer sein Aufschlagsspiel durchbringen. Und so kam es dann zum 5 zu 4. 40-30. Matchball für den Deutschen. Wieder einer der harten Aufschläge, der den Amerikaner nach außen treibt. Patrick Künin, gerade eben noch im Bild gewesen. Natürlich froh und glücklich. Florian Meyer, 6 zu 4. 6 zu 4. Der nach dem Spiel aber sagte, dass er überrascht war über den super harten Aufschlag von Tim Smithcheck. Und dass man ihn nicht unterschätzen darf. Deswegen ein knapper Sieg, aber der Einzug in die Runde 2. Und da freuen wir uns, ein weiterer Deutscher bei den Gary Weber Open in Runde 2. Glückwunsch an Florian Meyer. Vielen Dank, y'all. Vielen Dank, y'all.